Hallo und herzlich willkommen bei TechMax. Heute ein kleines Infovideo über Apple Keynote. Alles nach dem Intro. So, und da bin ich wieder. Also heute um 19 Uhr wird höchstwahrscheinlich das neue iPhone und vielleicht auch die iWatch vorgestellt. Von daher einfach nur eine kleine Information, dass ihr es nicht verpasst. Auf der Apple-Seite könnt ihr den Livestream mitverfolgen, wenn euch das interessiert. Wenn ja, wäre schön, könnt ihr euch schon dort die Informationen sammeln. Und sonst nur zur Information, dass ich morgen oder spätestens übermorgen ein Video rausbringen werde, wo ich die einzelnen Funktionen des neuen iPhone, wenn es dort auch vorgestellt wird, ist wahrscheinlich aber, euch dann sage und wenn die iWatch rauskommt, dazu eben auch noch ein Video, um die einzelnen neuen Funktionen euch zu sagen. Ja, und das war's eigentlich mit dem Video und daher verabschiede ich mich. Ciao!